So, ich habe wieder einen Schnitt. Willkommen zurück. Wir spielen immer noch Black and White und ich würde mal sagen, wir machen heute alles im Zeichen der Kreatur, beziehungsweise bringen unserem kleinen Biest mal so einige Wunder bei, wo es können sollte. Weil das kann nie schaden, wenn die Kreatur bestimmt was auf dem Kasten hat, von Wundern her. Aber ich glaube, das Wunder kann man ziemlich vergessen. Ich habe eigentlich gedacht, das soll das Arzt können, also zumindest lernen können. Aber irgendwie geht da jetzt kein Prozentzahl hoch. Vielleicht ist das nur so wenig, dass da wirklich kaum was hoch geht. Juhu, ich bin ein Massenmörder und ich bringe euch alle um, nur damit ihr an mich glaubt. So. Bekehrter Förster. Bekehrter Züchter. Jawohl, bekehrter Züchter und Förster machen wir jetzt. Bekehrter Baumeister. Achja. Bekehrter Baumeister. Ich finde, hier wollen wir ja ein großes Dorf rausbringen, aus dem Dorf. Bekehrter Züchter. Nein, da hinten rennt Anna. Wo ist denn der eigentlich nie? Der Dreckhund. Na? Na? Bekehrter Bauer. Du machst allein noch Bauer, du Ausch. Wer nicht will, der hat schon. Bekehrter Bauer. Oh ja, das Wunder ist auch wieder da, da können wir dem Vieh nur irgendwas beibringen. Sollten wir das jetzt mal aufnehmen? Oh ne, das wird wieder... Oh, auf Anheb, yay! So, lerne. Lerne das Wissenswerte. Lerne die Wunder. Die Wunder dieser Welt. Für deinen Gott. Hm, genau jetzt Kevlar. Der Show must go on. So, und mit dem man da der nächste Kaffee ist. Liebe hier in Liebe. Noch ein Weib. Bekehrter Baumeister. Haufenweiber. Alles voller Weiber hier. Hey, ein Typ. Vielleicht zum Züchter machen. Na? 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 Mein Kreuz. Du bist denn die ganze Weiber? Flieg. Lern fliegen Arschloch. Ah, ja. So. Was ein Wunder. Lerne schon. Also, genau. Mehr Wissen du brauchst. Komm schon. Mehr Wissen du brauchst. Mehr Wissen in dich hinein muss. Auf hissemdacht rein. Ah, ja. Sie sacrificed durch Validation her. Ja, ich verspreich dann raus. Müns bei setzen Kaffee… Keine Ahnung. Das war so ein Wunder, scheiß Laie, so. Demnächst kannst du dich selber löschen und vielleicht ein bisschen in den Garten gießen. Geh den Garten gießen! Glaubt an mich, ich bin euer Gott! So, ein paar Züchter machen. Weiber brauchen wir als Züchter. Die müssen die Kinder austragen, aber nicht züchten. Die Männer müssen alles bumsen, was über drei auf die Bäume ist, aber die Weiber müssen nur die Kinder austragen. Wie sexistisch. Ist halt so, wenn's euch nicht passt, geht's sterben. Bekehrter Züchter! Bekehrter Förster! Die Weiber dürfen schaffen gehen, die Männer dürfen bumsen gehen. Bekehrter Züchter! Bekehrter Züchter! Bekehrter Züchter! Ich bin ausgewogen. Oh weh, ich kann die Hater schon richtig... Oh! Ich kann die Sprüche schon richtig hören, du Frauen! Feindliches Arschloch! Schicksal! So, lerne... Nehme das Wissenswerte in dich auf! So! Mehr Züchter! Bekehrter Züchter! Bekehrter Züchter! Bekehrter Züchter! So! Hm... Was ist denn eigentlich dieser Scheiß? Ja... Wasserwunder! Zu lang haben wir's doch! Mehr Wunder muss die Kreatur beherrschen. Schau und halt den Maul! Gelernt einfach das! Hat doch alles kein Sinn, habe ich das Gefühl! Nix gelernt! Bekehrter Bauer! Darf lernen das Kind fliegen! Und gleich nochmal! Glaubt an mich, ihr Schweine! Also, das war effektiv! Bekehrter Züchter! Bekehrter Bauer! Mehr Bauern braucht's als Land! Bekehrter Bauer! In dem Kampf geht auch nix! Bekehrter Bauer! Mach dich zum Bauern! Immer mehr Bauern! Oh ja, glaubt! Naja, so langsam ist da eine Ausbeulung zu stehen! Auf jeden Fall von einem Kaff! Wo diese scheiß-gottverdammten singenden Steine nur sind! Die sind noch zum Kotzen! Weg mit dir! Den kann ich nur aufhalten! Platsch! Der ist weg! Ah, vielleicht habe ich wirklich den Ende noch fehlt! Mit dem Meer geworfen auszusehen! Und Wess ist nur nix mehr! Jetzt werde ich sehen, wenn ich das Material jemals wieder durchgucke! Oder irgendwer von euch würde mir das irgendwann mal verraten! Hä, du volle Tür und suchst da ewig lang nach dem Scheiß! Und in Wirklichkeit hast du das vor Wochen! In der ersten Folge! Schon wegschmissen! Moment, nicht die selben Schriftrolle! Oh nein! Meine armen Kinder sind verschwunden! Du musst sie retten! Muss das wirklich sein? Ein Fremder hat sie in Trance versetzt! Er hätte sie an einem geheimen Ort gefangen! Der Fremde sei verflucht! Er muss der Schuldige sein! Doch wenn er stirbt, bevor wir die Kinder gefunden haben, sind sie verloren! Oh, meine armen Kleinen! Oh, die armen Kleinen! Rette doch die Kinder! Wer denkt nur an die Kinder! Das Leben der Kinder steht auf dem Spiel! Wen interessiert's? Na und? Wen kümmert's? Wieso verschwinden wir nicht einfach von hier? Ah je! Eigentlich hat der Teufelchen recht, aber gleichzeitig... gibt's wahrscheinlich wieder eine schöne Belohnung, wenn man denen hilft! Bekehrter Bauer! So, jetzt sind wir aber erst mal hier in dem Dorf noch ein Fressen-Gap! Schön Arsch! Wo ist er denn da? So, dann bringen wir mal die Kreatur an! Töte mich! Es ist mir egal! Ich glaube nicht an dich! Komm on! Kreatur! Wo bleibst du denn, wenn man dich mal braucht? Na, wo bleibst du denn die Scheiße? Come on! Wir müssen den Arsch einfangen! Beweg dich schneller! Ich verstehe nur immer nicht, wieso ich bei solchen Typen dann auch immer keine Macht habe! Äh... Geh hoch zu ihm nur was! Ich glaube nicht an dich oder was! Na komm! Töte mich! Es ist mir egal! Ich glaube nicht an dich! Schnapp ihn dir doch! Du lames Mistvieh! Schneid ihm den Weg ab! Schnapp ihn das Mistvieh! Nein! Fuck! Ich bin viel zu schnell für deine Kreatur! Er könnte allerdings recht haben, der Fuck! Wir sollten ihn festbinden! Der Kerl geht mir auf die Nerven! Er hat recht! Er kann nicht fliehen, wenn du ihn an unserer Kreatur festbindest! Festbinden? Du meinst anleihen? Das ist eigentlich gar keine dumme Idee! So, dann ein Stück rauswandern! Töte das... Jawoll! Hilfe! Ich habe eine Panikattacke! Wen interessiert's? Schnapp ihn dir! Stopp dir die Sau! Ah! Ich ergebe mich! Verschone mich! Friss mich nicht auf! Wenn du mich verschonst und zu meiner Höhle bringst, lasse ich die Kinder frei! Ich wollte doch nur eine Familie! Aber den Frauen im Dorf war ich zu hässlich! Was? Das geht aber nicht! Machen wir Fischfutter aus dem Kerl! Aber wenn wir ihn zu seiner Höhle bringen, könnten wir die Kinder retten! A, wir können die Kinder retten! Und B, wir könnten ihn zum heiligen Vögler machen! Lauter hässliche Kinder erschaffen lassen! Egal was du danke, dass du mich verschont hast! Ich habe die Kinder freigelassen! Von nun an will ich ein ehrbarer Bürger sein! Ich werde deine Lehre verbreiten und vergessen, wie böse ich einst war! Das will ich auch hoffen, du Drecksack! So, was haben wir Feines gekriegt? Ein Heilwunder! Noch so ein cooler Wunder, Spenden! Sehr schön! Okay! Das war schlecht! Bekehrter Bauer! Tod! Ich habe wieder lang gestorben! Bekehrter Bauer! Hmmmm! Bekehrter Bauer! Bauer, Bauer, Bauer! Wir machen hier eine Bauer! Bekehrter Züchter! Wir machen unsere Züchter, dann haben wir einen Züchter! Äh! Das war schlecht! Ich muss mich einfach schämen, wenn man sowas hochlädt! So! Soweit zur Scheiße! Ich weiß, ich langweile euch! Juhu! Das finde ich gut! Und du lernst jetzt hier ein bisschen was! Mehr Wissen in die Kreatur hinein muss! Aber ich glaube, ich mache jetzt hier einfach mal einen Schnitt! Um dann, äh, sozusagen später wieder einzusteigen, wenn's genug gelernt hat! Bis denn! So! Da sind wir wieder zurück! Und machen jetzt eben entsprechend mit dem Kampf weiter direkt! Es reicht nach Krieg! Weil ich habe jetzt hauptsächlich diese Zeit nur noch dazu verwendet, um der Kreatur verschiedenes Zeug beizubringen! Habe jetzt eben keine Nebenmissionen oder Ähnliches gemacht! Nemesis schiebte mich oft in die Schlacht! Diese Schicksal steht auch dir bevor! Zuerst nehme ich deine Größe an! Das macht die Sache einfacher! Ich werde dich nun angreifen! Aber hab keine Ahnung! Vor jedem Kampf hat rein eine Arena! Du solltest wissen, dass deine Kreatur nur unter deiner Hilfe kämpft! So, jetzt wo wir den Kampf begonnen haben, kann ich einfach wieder in das Labern anfangen! Äh, obwohl, der wird da gleich wieder irgendwas machen, wie von wegen ich kämpfen muss! Äh, da stimme ich! Zuerst zeige ich dir, wie man angreift! Klicke mit der Aktions-Taste auf meinen Körper, um einen Heap auszuführen! Guter Schlag! Natürlich kannst du auch mehrere Angriffe hintereinander ausführen! Sehr gut! Du musst nun lernen, wie man Angriffe abwehrt! Blicke mit der Aktions-Taste auf deine Kreatur, um einen Angriff abzuwehren! Sehr gut! Du lernst schnell! Sobald du vom Allmächtigen einen neuen Befehl bekommst, wirst du auf, dich zu verteidigen! Konzentrieren wir uns nun auf Ausweichmanöver! Blicke mit der Aktions-Taste auf irgendeine Stelle, damit deine Kreatur dorthin geht! Wunderbar! Du bist ein aufmerksamer Schüler! Und vor allem mein schweigsamer Schüler! Lass uns nun zur Übung gegeneinander kämpfen! So, jetzt geht der Kampf endlich los! Jetzt können wir wieder reden! Es ist auf jeden Fall so, wem das jetzt nicht passt, dass ich da zwischendurch tatsächlich mal das, was nach meinem Verachtens langweilig ist, weglasse! Der kann mich mal! Weil im Gegensatz zu Gronkh und anderen Let's Failern, werde ich garantiert nicht anfangen, da irgendwas dann drin zu lassen, wo ich keinen Spaß bei habe! Weil das Ding ist, da in der Zeit, wo ich jetzt nicht weiter aufgehoben habe, musste ich natürlich jetzt auch nicht mehr arbeiten! Wir können unterhalten, weil da war ja Kenner! Also konnte ich mich einfach auf Spielerin konzentrieren, konnte einfach ein wenig Spaß haben! Also was heißt einfach nicht Spaß haben? Weil an sich war es an sich eine Pflicht, eine Notwendigkeit, der Kreatur diese Wunder beizubringen, weil sonst kommt man natürlich im späteren Spielverlauf nicht voran! Wie man jetzt ja schon gesehen hat, konnte ich mich relativ stark heilen und dadurch ist es natürlich kein Problem, die gegnerische Kreatur fertig zu machen! Und ich habe jetzt zwei Schläge eingesteckt, das klappt manchmal gar nicht so gut! Gerade wenn die Kreatur noch so klein ist, und die Hand dadurch natürlich genauso groß ist wie die scheiß Kreatur, kann man relativ schwer nur die Scheiße zeichnen! Dann hätten wir vielleicht sogar noch machen können, dass die Hand ein wenig kleiner wird, wenn man näher ran zoomt! Ups, das wollte ich jetzt nicht! So, aufs Maul! Scheibe! Na endlich! Hopp, heil dich! Jetzt aber! Jetzt kriegst du aufs Maul! Auf die Fresse! So, damit wir eine wesentlich ältere Kreatur schon mal besiegt! Das war eine wichtige Lektion! Vielleicht hätten wir schon mal den Grundstein für uns am Siegeszug geebnet! Du bist sehr talentiert, aber wir müssen noch an deiner Technik arbeiten! Meine Technik ist perfekt, oder? Schließlich habe ich dir volle Kanäle aus dem Maul gekaut! So, da hätte ich schon einen Schwachsinn vor! Genau, heil mich ein wenig! Ich verrate dir jetzt ein Geheimnis, aber ich warne dich! Dieses Wissen, aber komm erst, wenn du bereit bist! Warum übst du nicht das Gelernte während ich schlafe? Ha, dann geh mal schlafen! Da hinten ist schon das Opfer, wo ich mir dafür heraussuchen werde! Komm her, Bitch! Dann lass ihn doch! Lass ihn kommen! Wir werden ihn töten! Ich, Schleck, bin sehr rum! Ich wache hier! Dieser Ogre bewacht irgendwas! Hast du eine Belohnung? Er bewacht den Pass! Wir haben keinen Einfluss auf ihn! Jetzt weh doch deine Kreatur an den Hals! Irgendwie glaube ich nicht da dran! Wir sollten uns nicht mit diesem armen Geschöpf messen! Es sieht hungrig aus! Der Schlüssel ist ja stark genug, von daher... Kann ich ihm auch aufs Maul kämpfen! Oho! Der Kerl ist mächtig sauer, Boss! Ich fürchte wir müssen... Dann lass uns kämpfen! Aufs Maul! Auf die Fresse gibt's jetzt! Was wird lustig! Der ist aber auf jeden Fall schon mal stärker als der Trainer! Na! Geh kaputt! Hey! Auf die Fresse! Auf die Fresse! Oh weh! Ich will da gleich auf! So! Na komm! Endlich! Zack! Jetzt kriegst du... Jetzt bin ich mir davon! Jetzt kriegst du das voll aufs Maul! Dreck sauf! Hey! Auf die Fresse gibt's, du Mistviech! Du wirst ja nicht überleben! Meine Kräfe ist stärker! Und hat genug Mana! Aufs Maul gibt's! Aufs Maul! Und noch eins! Und noch eins! Und noch eins! Jetzt ist er hier die Sau! Ich pack die! Kaputt! Sieg! Schnappen wir uns die Belohnung und dann nicht sie weg! Sehr schön! So muss das mit den Kämpfen aussehen! Mal gucken, was da drin ist! Wat? Ein Volleyball? Der ganze Ärger nur wegen eines Dämmelvolleyballs! Der sagt richtig! Der hat vollkommen recht! Neben unserem Tempel ist eben ein Wunderspender erschienen! Was soll man denn da feine? Hm, klingt interessant! Ob das mal Gratua anlernen kann? Guckst du hier? Hey! Verzacht! Der lernt das! Coole Sache da! Zwar reicht das kleine Heilwunder auch schon für einen Kampf, aber für einen Kaffee ist das bestimmt weit lustiger, wenn sie das große machen können! Hm! Stufe 1! Aber auf jeden Fall bringen wir dem Viech das mal bei! Schöne Sache das! Tot! Das ist gut! Und das hat einen zweiten Volleyball gekriegt! Yay! Party! Ein Wunder kann ich jetzt verwenden, damit ich mein Dorfbewohner bei Launa halt eigentlich könnte ich... Ach, die Wunder mitnimmt! Na ja, egal! Fällig wurscht! So viele Wunder kann man wahrscheinlich jeden mitnehmen, damit er ne, du müsst das Spiel wieder zacken und backen! Wenn ich auf die nächste Insel geht! Ach, der ist was! Mit dir schläft doch gar nix! Hey! Betrücher! Ich hab gedacht, du wirst schlafen gehen! Betrücher! Lügner! Tot! Und noch ein... Na! Schau dir das an, du... Biest! Schön machst du das! Bist du das? Kannst du das? Vilken? Tja! Bist du das? Tja! Na! Puls! Neue! Tja! 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 Ich habe jetzt trotzdem noch mal einen Schnitt gesetzt, also habe es zumindest beschlossen, dass ich an den Stellen einen Schnitt gesetzt, weil A ist es einfach langweilig, ich habe jetzt einfach der Kreatur jetzt noch dieses letzte Wunder beigebracht, ansonsten gab es ja nichts mehr zu tun auf der Welt. Und jetzt werden wir uns das Ende von dieser ganzen Weltgeschichte nochmal ansehen, und werden wir so gucken, wie die Welt so bei ihrem Ende aussieht. Und dann werden wir wahrscheinlich die nächste Folge auf der nächsten Insel beginnen. Also schauen wir mal, wie lange das jetzt dauert. Ja, ja, jetzt ist er schon unterwegs. Komm, kleiner Freund. Die wichtigste aller Lektionen liegt noch vor uns. Sie ist der Schlüssel zu dieser Welt. Das Geheimnis der Göttlichkeit. Dein Weg zum Trieb... Jawohl, mein Weg. Folgen wir zu diesem Berg. So, und auf da, du Biest. Was hast du uns zu erzählen, Großer? Ich vertraue dir nun das Geheimnis des Glaubens an. Es ist die Quelle göttlicher Macht. Schweig, Kreatur! Nimm es, mein alter Gebieter ist zurückgekehrt. Schnell, komm näher, mein Freund, und hör mir gut zu. Laufi! Schweig, Verräter! Du darfst das Geheimnis der Singel nicht weitergeben. Nimm es, er möchte unbedingt der einzige Wort. Irgendwie verständlich, ich würde es auch gern. Er wird alle anderen Götter und Kreaturen vernichten. Schweig! Finde die drei verwandten Seelen. Nur so kannst du Nemesis. Nun lauf. Geh, du kannst mir nicht helfen. Nun lauf. Verlasse diesen Ort. Aber wegen mir. Aber wie komme ich hier weg? Meinst du? Ich dachte, das Feuerwerk ist einfach nur zur Unterhaltung da. Ja, jetzt geht das nicht. Hm, es war jetzt irgendwie was anderes durchgestanden, was er gesagt hat. Na egal. Abmarsch, meine Kreatur. Wir haben noch viel vor uns. Und dazu gehört garantiert nicht sterben. Aber ich glaube, Nemesis will alles drauf und dran setzen, dass wir hier jetzt sterben. Der Blitz war auf jeden Fall kein gutes Zeichen. Oh weh, der fangt nun das Dorf ab. Wir sind verdammt. Verdammt! Das ganze Dorf wird zerstört. Ja, wir müssen versuchen, Ihnen zu helfen. Sieht aus als Doppel. Schnell ein paar Heilwunder wirken. Tod. Und jetzt Feuer, löschen, 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 löschen. Tod. 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 Oh weh, oh weh. Geh doch in die Hose. Tod. Nur heilen, heilen, heilen. Oder was mache ich denn? Hilfe. Oh, das geht ja nicht aus, der Dreck. Das geht nicht aus. Und die sterben wir weg wie die Fliechen. Was soll ich nur tun? Tod. Wieso hilft mir denn niemand? Tod. Oh, Allmächtiger, rette mich! Halt mal, ich bin selber ein Allmächtiger. Und ich werde gerade von einem anderen Gott angegriffen. So ein Fuck. Tod. Irgendwer will mich da gerade tierisch verarschen. Es ist hoffnungslos. Warte, Tod. Was ist das für ein goldenes Licht? Wir sind gerettet. Es ist ein Strudel. Sieht aus wie ein Portal. Eher wie eine Falle. Falle? Meinst du? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist unsere letzte Hoffnung. Das ist eine Regelwette, dass es auf der anderen Seite des Strudels wieder herausfällt. Könntest du recht haben, du Blitzmerger. So, nein damit. Oh weh, bevor die ganze Vorräte verbrennen, werde ich die Arme einwerfen. Oh Gott, aus der anderen Seite beginnt eine eigene Welt. Ja, wir sind gerettet. Ich werde mal erst mit. Oh, da ist ein Dummguck. Außerdem sollten wir ausreichen. Was wirklich? Wir sollten ein paar Dickwas zum Teufel. Ehrlich gesagt. Juhu. Wir sind gerettet. Gerettetet. Da muss ich nur ganz viel Vorräte, Holz und Gläubige rüberschaffen. Und das kann dauern. Lange dauern. Sehr lange dauern. Und wer jetzt schon keine Lust mehr hat, dann verabschiede ich mich für diese Folge. Und wir sehen uns beim nächsten Mal auf der nächsten Insel. Wenn es wieder heißt, Let's Hunt Black and White. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Vielen Dank.